Ah, die saufen ab jetzt gleich. Was sind die denn da hinten? Ah, ja, so, so komme ich überall dran. Sicher? Ja. Ah, da kann man ganz schnell drücken, ja, wenn man gut ist. Ja, genau. Ja, genau. Zack, 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 zack. Ah, so. Gut, krass. Ja. Außenposten, Ensenpire wäre das nächste. Einmal Süden, bitte. Das war klar, gegen den Wind. Oh. Mach keinen Scheiß. Mach jetzt kein Scheißspiel. Ist jetzt nicht dein Ernst. Was denn? Das war alles, hört sich schon bedrohlich an. Ey, alter. Guck mal rechts. Ja. Die machen auch platt, Junge. Ich habe keine Kugeln mehr. Ich habe keine Kugeln mehr. Ich habe keine Kugeln mehr. Feuer. Ich nehme mal ein bisschen weniger Fahrt raus. Und ich gehe reparieren. Oder muss ich auch nicht. Noch kein Loch? Kein Loch, echt nicht? Sind wir irgendwo aufgelaufen? Nee, ne? Ich bin auf deren Schiff. Ich habe deren Käpt'n. Der Käpt'n ist tot. Aber unser Schiff darf nicht versaufen. Alles gut bei uns? Ja, ich habe ein Loch. Okay. Dann reparier. Ich habe die hier im Schacht. Ja. Die saufen ab gleich. Ah, die saufen ab jetzt gleich. Sind die denn da hinten? Ja, halt uns auf jeden Fall im Auge. Komm rum. Haben wir die plattgemacht? Ja. Wenn du willst, kannst du nochmal drauf schießen. Genau. Jetzt. Die laufen voll, aber irgendwie laufen die noch nicht richtig ab. Jawoll. Noch nicht? War noch nicht? Doch, jetzt. Jawoll. Jawoll. Und hier holen wir jetzt den nächsten Schatz. Wie geil. Ich setze mich den Schatz, nicht? Oh, hier sind direkt Haie, ey. Wo sind die Schätze? Äh, müsste hier sein. Müssen wir mal in Ausdruck umgehen. Ach, hinter uns direkt. Ach, guck mal hier. Boah. Eui, eui, eui. Dann drehen wir einfach mal das Schiff. Weil sie segeln da oben. Das Ding dann wieder hoch. Anker wieder lichten. Dann drehen wir mal so lange um, bis wir dann mit der Harpone ran können. Ah. Nice. Meinst du so? Reicht? Äh, ja, das reicht. Ah, ha, 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 ha. Ich mach mal die falsche Fiste, ey. Ja, nee, so schnell. Oh, verdammter, hey. Aber jetzt haben wir alles. Da fehlt halt nur noch der Kraken, der uns dann letztendlich doch dann richtig besieht. Bitte nicht. Ja, bitte nicht genau. Schnell alles wegkriegen. Wir müssen genau hinter uns, Richtung Südost. Okay, ich mach das. Da wollten die uns fertig machen. Oh, da hab ich jetzt aber lange gebraucht. Und der Käpt'n ist ein paar Mal gespawnt. Das war schon krass. Das war schon... Nice. Das ist wieder so eine Asche-Puhr, haben wir keinen Schlüssel. Ja, ich hoffe, die können wir verkaufen. Was war denn da bei der anderen drin? Ja, so ein Kelch und so. Das treibt gut. Ja, da ist aber nix. Da ist höchstens ein bisschen Fleisch drin. Das lohnt sich jetzt nicht. Obst und Kanonenkugeln. Unter anderem hast du auch schon mal als Treibgut dann da schwimmen. Hier so Explosionsfester, wo du aufpassen musst, dass du nicht da reinfährst. Hey, warte. Was denn? Ich bin reingefallen. Ja, dann kommst du mit der Meerjungfrau hinterher. Kein Problem. Muss ja auch mal machen. Schön. Not, nichts bis am Schiff. Das wir ein Loch haben, nee, haben wir nicht. Das ist ganz... Ja. Warum ist das immer dunkel hier? Was denn los heute? Nur dunkel. Ola hat mir das gerade schon mal... Ja, ein bisschen, Ola. Lass dich inspirieren. Oh Gott. Oh Gott, was für eine Insel ist das denn hier? Ach, da unten. Hier lang? Ja. Ja. Also der kriegt alle Truhen, ja? Immer. Der Goldsammler. Auch die Geistertruhen. Die Geistertruhen kriegt er auch. Wenn es Goldsammler-Truhen sind, ne? Gibt ja auch Geistertruhen, das sind dann Lagerkisten oder so. Ach, das ist eine Lagerkiste. Ja, der kriegt den nicht. Ne, sagte ich ja. Das sind ja so Stoffe oder sowas exotisches. Das kriegt immer die da vorne. Nicht alles, was Geistertruhen ist, ist ja auch was Goldenes. Ja, normalerweise könnten wir das genauso machen wie beim Vor. Da hinten, wenn du das da siehst, ist da genauso auch so eine Rampe. Da kann man es draufladen, dann hochziehen oder wie auch immer was. Aber das können nur die, die mit dem Level schon mal höher sind. Piratenlegenden und so. Im Z war das jetzt viel einfacher. Und Schädel und so? Schädel kriegt die Seelenohren drauf. Ah, diese... Mit dem, ähm... Was ist denn jetzt? Achso. Mit dem lilanen Zelt. Okay, dann ist die das nicht. Die ist hier. Schädel hier. Ah ja. Ja, die sieht man immer schlecht, finde ich. So. Und der Kelch? Der Kelch kriegt der... Goldsammler wieder. Und die leere Kistetruhe. Die ist er wahrscheinlich auch. Schauen wir mal. Ne. Die leere Truhe ist einfach leer. Okay. Boah, ich fall immer rein, ey. Es ist auch scheiße dunkel hier. Ah, na. Tee. Immer, ey. Falsch. Äußert. Ist da was drin? Ach du, dann ist die eine Kiste jetzt. Wo wir keinen Schlüssel haben. Ja. Können wir die nur noch hinstellen für andere Leute, die die dann kriegen. Ja. Bis, also, ja. So. Samro. Es wird hell. Meine Güte, es wird endlich hell. Ja. Wie der Hund hier hinterher rennt, die ganze Zeit. Hätten wir das auch geschafft. Cool. Wie der Hund hier hinterher rennt, die ganze Zeit ist. Vielen Dank.